Hi, ich bin Franzi und wir sind heute an der Grundschule Henning von Trescu in Wettbergen bei unserem Handballaktionstag. Alle vierten Klassen nehmen heute daran teil. Das haben wir sich ganz besonders neu gewünscht, dass wir in diesem Schuljahr nochmal einen Handballtag für die Kinder organisieren. Und wenn du das an deiner Schule auch machen möchtest, dann such dir einfach den Sportverein in deiner Nähe, kontaktier den Landessportbund und los geht's! Bis zum nächsten Mal!